Wie lange seid ihr schon zusammen? Fünf Jahre. Na ja, hab ich auch. 2015 zusammengekommen oder was? Ähm... 15 oder 14... Nein, warte mal. Jetzt ist... Nein, fünf Jahre. 2015. Was für ein Datum? 1. Mai quasi. Wir sind 30. Zehntag. Mhm. Bisschen später als vier, oder? Ja. Ja. Ja, so offiziell. Ja, ja genau, bei uns auch. Nice. Ja, die Kusschen. Das ist auch von meiner Freundin, die sind nach zwei Jahren irgendwie nach einem Jahr zusammengezogen und nach zwei oder drei Jahren haben die geheiratet. Echt? Ja. Ja gut, die Türken, gell? Also nein, die Autos sind nicht hoch zu schnell. Ich bin von meiner Freundin. Ich bin von meiner Freundin. Achso, von der nach rein, okay. Deutsche. Das war voll krass, irgendwie. Ja, krass. Die sind ja später als wir zusammengekommen. Später als ich und meine Freundin. Die sind halt einfach verheiratet, ne? Ja, das ist krass. Aber es gibt's euch ja nicht, gell? Ja. Das ist schon krass, muss ich sagen. Ja, es waren halt beide schon voll ausgelernt und Vollzeit arbeitende, also keine Studenten, weißt? Das ist dann immer wieder was anderes auch, finde ich. Ja, klar. Ja, ja. Wobei, ich weiß nicht, ich muss ja sagen, ich fühle mich noch nicht so zum Heiraten, weißt du? Wie man, keine Ahnung. Das ist was. Ja, ich sage jetzt, hätte ich jetzt Kohle und alles, dann könnte ich mir schon vorstellen, jetzt zu heiraten. Also, ne, ich wollte es nicht scheitern. Na? Na, jetzt können wir ja nur dafür heiraten. Dann habe ich auch nicht, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich abgeneigt wäre, sagen wir es so. Aha. Habe ich genau. Wie alt bist du eigentlich? Wie beim 28. Ah ja, ein bisschen genauso wie ich. Meine Freundin hatte mir nur Angst, dass ich irgendwann jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren komme und zeige dir den Kind. Echt? Ja. Ja. Ja, ach man, du musst Gas gehen jetzt halt. Oh, ich habe Spezial-Money. Oh, wir können uns gleich die Kiste holen, dann lassen wir sie gleich holen, bevor wir wieder irgendwie gehuntet werden. Oh, jetzt können wir die Schwanne. Ja, ich habe 6-3. Doch. Ah ja. Ja. Geh mal das Kaffee. Geh mit. Hier an der Kiste, ja. Das ist bestimmt jetzt Ding drin. Was machst du mal dran? Tatsächlich nicht, hast du mal dran? Es geht hin. Ja, geil. Geh mal schnell mit dem Auto zu gehen. Wie viele Kinder wächst da? Weiß es nicht. Auf jeden Fall keine Einzelne. Wird die auch nicht ausmachen. Ja, ein Mädel vielleicht auch. Ein Mädel wäre was. Was? Okay. Dropped. Ja, erstmal da hin. Wenn ich vorhin maldek, dass du sterben kannst, wenn das Ding auf dem Kopf fällt. Ja, aber ist halt realistisch, Osman. Passt eh, oder? Dann haben wir ein bisschen was jetzt. Ja, ohne wenig. Jetzt sammeln wir noch Geld ein, dass wir einen Self-Arrival und so einen Schmalen kaufen können, würde ich sagen. Also weiter looten. So, um uns handen lassen. Ja, mit dem König. Boah. Ah ne, lassen wir's, oder? Nein, das ist zu risky. Das sind drei Minuten, Mann, das ist schon... Das ist echt mega lang, ey. Das geht aber an die Hose bei uns, ja, das stimmt. Ich geh jetzt in eine komische Kiste. So ne Panzerungsplatten-Ding wäre geil, dass du acht Stück tragen kannst. Ich hab zwei, ja. Bei fünf find ich scheiße. Weil wenn du dann in dem Kampf bist und das zieht dir alle drei Schilder weg, dann kannst du nicht nochmal voll machen. Ja, einmal schon. Ja, einmal, ja. Boah, da willst du mal wieder das Money-Drop klauen, gell? Hab ich Geld geklaut? Ne, ich bin da grad drunter. Ne, ich bin da grad drunter. Hier wäre, äh, eine Lupe. Kann man die annehmen? Ne. Mach's nicht die Lupe. Aufklär! Oh, doch auf! Winderung. Loot. Jo, ich möchte mich noch ein Ding. Self-Revive. Jo. Geh mal zu der ersten, erste Kiste. Bei der Legendary Küsten. Echt? Nice, ja. Jetzt hab ich diese Rüste, diese Ding. Ja, dass du halt so viel Zeiger aufheben kannst und so. Also dieser Rucksack. Kohle war drin. Wieder 5.000. Ja, dann brauch ich... Dann hol ein Ding. Ohne wäre gut, wo wir die Gegner sehen. Und ich bräuchte vielleicht ein bisschen Geld für Session. Ich glaub, erst mal Gasmasken war ja noch gut. Du hast schon eine, gell? Ja. Ja, dann Kaffee, wenn wir euch noch annehmen. Und mit dem Rest kannst du du Self-Revive vorhin. Gleich aber find ich okay. War nicht öppen noch. Ich hab Spezialmoni drin in meiner Waffe. Ist auch gut, Mann. Das heißt, ich krieg die schnell kaputt. Hier wird geschossen. Rechts wird geschossen. Oh, ich hab ne Monik-Ringstiste. Geh grad zu der Plünderungskiste. Ich geh grad zu der Plünderungskiste. Ja, lass mal zu der dritten gehen. Dann sehen wir die nächste Zone wenigstens. Ist halt risky, gell? Ja. Ja. Ja, ist schon ein anderer Store, den wir jetzt hernehmen können. Da ist dein Ding. Hier ist Gasmaske, aber hast du, oder? Ah, nice. Hopp, ja. Dann gehen wir zu dem Store da vorne, oder? Wieso haben wir, wieso sehen wir die nächste Zone nicht? Oh, hier wird geschossen. Oh, hier wird geschossen. Kann es nicht aufheben. Weißt du es schon hast? Ne, lass es abhauen, hier wird auf mich geschossen. Wo? Weiß ich nicht. Ich hab nur Schüsse gehört. Die sind neben mir eingeschlagen, der mich nicht getroffen hätte. Wir brauchen ja eigentlich... Wir könnten hier mal hochgehen. Man kann hier irgendwo hoch auf das Haus. Theoretisch haben wir alles. Also ich brauche eigentlich nichts mehr. Ich auch nicht. Wir könnten nur noch eine Drohne kaufen. Du brauchst du Self-Revive. Ja. Lass mal vielleicht hier am Rand wieder hingehen, oder? Wie vorhin. Das ist eigentlich nicht gut, weil wir haben Sniper und andere. Wir müssen da jetzt nicht durch die Mitte durch. Oder das Ding... Ab durch die Mitte. Sollen wir mit dem Auto schnell fahren? Da schnell. Da schnell mit dem Auto. Ja. Das Gute an dem Auto ist... Man ist halt sehr... Oh fuck. Der ist sehr schnell. Ja. Sehr wendig. Ja. Es hilft auch nichts, wenn du stehen bleibst dann. Es war halt so dumm, dass wir uns ins Auto reingesetzt haben. Wir hätten heute einfach nur warten müssen auf den Endzug. Wenn wir normal gewartet hätten, wäre es gar kein Stress gewesen. Ja. Schauen wir da rauf. Ja. Nooo. Da haben wir die Lage, da haben wir die Ding schieben. Ich wollte hier hoch gehen. Ich wollte hier hoch gehen zum Dampf. Alter, mir da noch abgesnipet. Halt's Maul. Ich muss runterkommen. Alter, verrick ich da. Lass mich mit dem Auto dahinter Richtung Damm fahren, hätte ich gesagt. Oder laufen. Sagt mal, jetzt muss ich mich erst mal heilen. Die waren da, gell? Ja, die waren da bei dem Flugzeug drin. Bei dem Hubschrauber. Da waren sie vor. Da, schau her. Das kann ich nicht markieren, es ist zu weit weg. Ja, ich auch nicht. Aber der hat sich doch nicht erschossen, es war doch nicht der, oder? Dann lass dich am Rang fahren. Lauf hier hoch. Jetzt habe ich keine Drohne gekauft. Fuck. Da, wo wir feuchten waren. Ja. Ja, genau. Das gleiche. Hoffentlich haben sie uns nicht gesehen. Oh, da sind wir hier, da sind wir hier, da sind wir hier. Warte, 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 warte noch. Schauen wir mal. Gleich vor uns. Vorne ist down. Willen wir einen anderen auch gleich. Da. Und Schalloschiff, 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 Schalloschiff. Er ist weg. Down, jawohl. Die haben wir. Die haben wir. Da sind gerade Schahide auch da gewesen. Haben die irgendwas? Schalloschiff, Schalloschiff. Das schaffen wir nicht von hier. Oder? Das sind 500 Meter, soweit können wir nicht schießen. Er wird eh beschossen, oder er schießt auf ihn. Ich würde sagen, wir versuchen hier hoch irgendwie. Weiter hoch. Ich glaube, wir müssen da oben hin, also das ist besser, wenn wir da oben rumlaufen. Ich glaube, wir müssen später bei Richtung Military Base oder so kämpfen vielleicht. Würde die anderen zwei, gell? Würde die einfach da gewartet haben. Also würde die einfach auch da waren. Der eine war so schön, der ist einfach Start da gestanden. Und dann schön, hey, die. Bam. Ja, der muss uns erstmal, der muss uns erstmal treffen auf die Entfernung. Alter, jetzt ist schon Schnee, gell? Die Zone geht nicht zu. Also bei uns, das ist die andere Zone. Ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Ich glaube, hier ist auch ein Bunker in dieser Brücke oder so. Irgendwas war da. Müssen wir schauen, hoffentlich laufen wir jetzt richtig und nicht. Schauen, ob mein Instinkt richtig war. Einigermaßen. Fuck. Okay. Die Frage. Und wieder laufen wir hier rein, so voll offen rein, also da ist offen. Schnell überlegen. Ich würde hier am Rand, wie ich glaube, ich würde so am Rand bleiben. Außenrum. Da sind sie auch früh, Mann. Oben zwei und unten. Ja. Ja. Hier, der, der. Ja. Ja. Scheiß auf die. Lass mal ein bisschen runter. Nur laufen, nicht dein Falschen benutzen. Sonst haben sie uns. Ah, hier ist Spy Station. Hier könnte man schnell was kaufen. Wird ich schnell Ding holen. Oh, ich mach da einen Clusterangriff hin, Flo. Oder ich mach einen hier. Warte mal, ich hab doch den Präzisionsschlag. Gemeinsam. Go. 2. Warte. Stopp. Okay. Da geht's nicht in seinen Hubschraubchen. Nichts ist kaputt. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob sie sterben. Jawohl. Okay. Na gut. Besonders immerhin sind sie runtergegangen. Ich hab keinen umgebracht. Ja, aber, ja, aber die können sich jetzt gegenseitig da wegficken. Wo ist denn die Buy Station? Da ist. Ich hab doch schon gekauft, da. Wo denn? Daher rast'n. Auch wieder eine Drohne. Ich hab auch nicht gekauft. Oh, das bist du jetzt an mir hier schocken. Ich hab wieder eingeschossen, ne? Ja. Munitionsbox, bauen wir die. Da. Ne, ich hab auch eine. Warte, dann kann man meine droppen. Ich hab eine. Ich hab eine. Ich geb ja eine oben. Wo hast du die getroppt oben? Machen. Weil, war jetzt ziemlich viel. Oh, da fliegt ein Heli rum. Den Sucherauftrag nehmen wir jetzt nicht, weil der bringt uns ja nichts. Ne, ab jetzt bringt eh kein Auftrag mehr was. Die haben zumindest schon mal den ihren scheiß Heli zerstört da vorne. Ja. Sonst wären die Penner damit weggeflogen. Ich hoffe jetzt, dass wir hier hoch müssen. Hier irgendwie. Oh, bei uns ist der König. König Auto kommt. Auto König. Das Auto fährt vorbei. Wo ist denn der König? Der ist im Auto. Das schaut nur so aus. Ach, der ist im Auto. Ah, okay jetzt. Die sind dahinter. Ist hier eine Tür aufgegangen? Ja, ich glaube nicht. Ich bin nur rumgekommen. Ich habe eine Tür gehört. Ach, das ist das Knatschen von dem Haus. Ja, wir könnten jetzt hier hin, Flo. So außen. Ja. Und so ist der König auch rumgelaufen. Ich mach mal die Drohne an. Jo. Da vorne sind sie. Aufmesser. Da oben sind welche. Ganz weit weg aber. Großer. Und da ganz oben im Wald sind auch welche. Ich kann die nicht markieren. Hier. Da. Da ganz hinten am Wald. Aha. Und was machen wir? Wir müssen hier in die Häuser. Lass hier. Weil die werden jetzt alle versuchen durch die Wälder. Das bringt uns nichts. Da sind wir wenigstens schon mal drin in die Häuser. Und die kommen her zu uns. Und dann müssen wir auf die Ausschau halten. Weil die werden jetzt... Ich hab mal die Drohnerei. Okay. Ja, die Drohnerei. Wenn wir da so offen sind. Ja. Jetzt müssen wir halt die abfischen. Wo gehen wir? Hier. Gehen wir in das Haus. Das habe ich besser. Ja. Da gibt es einen zweiten Stock. Die Fenster sind alle heile. Die Tür mache ich hier auch zu. Ich mach mal C4 an die Türen. Unten an den Türen sind C4. Okay. Also an zwei Türen. Sobald du was hörst zünden. Da unten sind welche. Da unten sind zwei. Die kämpfen da. Die haben ein bisschen weit weg, oder? Ah, die Zone. Warte, die Zone kommt. Die sind du. Deppert. Die werden jetzt sterben. Die werden jetzt gerade... Die werden jetzt rennen wie die Hühner. Aber die Zone wird die nicht auffressen. Also die sind schneller als die Zone. Also die werden gleich zu uns laufen. Die Zone ist sehr langsam. Oder links sind auch welche dann irgendwo. In die Wälder irgendwo, ja? Ja, da, da, da. Der wird aufgefressen, glaube ich. Ja, hab ich gesehen. Ja, aber schießen wir jetzt nicht, oder? Meinst du? Ja, wir könnten den da links oben gut holen. Den blauen, den ich markiert habe. Der kriegt da. Lass auf den schießen, Flo. Tischt. Da. Okay, ja. Oh. Ja, ich seh jetzt nicht mehr. Das ist ja hinterm Wald. Hinterm Bahn. Bist du im Weg? Gut. Oder komm. Wir haben nur mal der Rift. Down. Heißt, hier unten war noch einer irgendwo. Der läuft rum. Okay, wir sehen jetzt auch weiter. Ich habe ihn getroffen. Ja, da. Nice. So. Jetzt müssen wir erst mal schauen, ob von links welche kommen. Nicht blind runterrennen jetzt. Ich hole schnell mal die vier mit. Ja, dann. Jetzt müssen wir laufen. Zehn Sekunden. Schau du mal links, ob von links die zwei kommen. Ich schaue hier rechts irgendwie. Ach so, du bist jetzt steht wegen. Hier ist einer. Ja, wir müssen nicht immer direkt vor. Wir können mit dem Gas mitlaufen. Jetzt 400 Meter weg. Wie so weit geht es nicht. Ah, wir stehen da ein bisschen scheiße. Wir haben eine kack Position. Ja, ziemlich. Ich lasse mal in das Haus hier her. Ich guck, ob von hinten wer kommt. Von hinten wäre kacke, wenn sie uns holen. Da kämpfen wir nicht. Wir sind ja nicht in der Zone, ja? Ja, aber das ist nicht schlimm. Wir können ja mitlaufen. Behalt dich nur, lauf nur so mit den Steinen mit, dass sie dich nicht gleich sehen. Wenn du Deckung hast. Ja. Boah, wir sind perfekt hier, Flo. Ich schaue gut hier hinten so. Also hier links. Ich schaue hier rechts hin. Zum Hangar schaue ich. Zum Airport schaue ich hin. Ich schaue da hin. Ja, genau. Na, was meinst? Ja, links halt. Ich schaue rechts. Also ich schaue Richtung 1 Uhr und du schaust Richtung 11 Uhr. Weil wir stehen in der Zone drin. Die werden gleich da irgendwo rumlaufen. Die werden versucht rein. Wir sind gut in der Zone. Jetzt haben wir Vorteil. Die werden jetzt gleich bewegt sich die Zone und wir müssen nur 5 Meter vor oder so. Also ganz wenig nur. Hier ist einer bei mir. Der läuft drüber. Der kommt, Flo. Die sind zu zweit. Ja. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich muss erst zu dir kommen. Ja, ich habe es in meiner Position nicht gesehen. Da ist noch einer. Wo? Einer ist tot. Der andere war hier irgendwo mitten auf der Straße. Da hinten. Komm ein bisschen rein in die Steine. Da hinten. Rüstung ist weg. Rüstung ist weg. Das sind zwei Leute, die ich markiert habe. Hier links. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Direkt. Ja, ja. Ich sehe es schon. Fuck. Ja, ich sehe es schon. Fuck. Jürgen. Jawohl. Wir waren mit dem C4. Ich gucke nach links. Guck du nach rechts. Ja, was? Alter, die haben C4 geschmissen. Einer. Schau mal. Du kurz. Einer ist auf der Straße hier. So hinter bei mir ist einer. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Links ist einer noch. Links versteckt sich einer, Flo. Hier. Hier. Hier links. Der läuft jetzt drüber. Ja, ich sehe ihn. Wir haben einen Headshot. Alter. Der ist aber nur down. Ja. Okay, jetzt ist er tot. Wir müssen wieder versteckt bleiben. So ist gut. Ich gucke wieder nach rechts. Hint down. Was kriegen wir markiert? Auto kommt. Auto kommt. Down, down. Auto, Auto, Auto. Geh hinter die Steine. Das ist dankbar. Verdaubar. Wir sind zu dritten, oder? Das ist der letzte. Das ist der letzte, Flo. Das ist der letzte. Ja, Mann. Bleib hinter den Steinen. Ja. Der ist hier. Er ist unten. Jawohl. Ja. Ja, Mann. Nice. Alter. Nice, Mann. Geil. Nice. Geil. Wir haben den. Wir haben seinen Schild weggemacht. Wie am Auto war, gell? Ja. Alter, wir sind geil so bei. Der haben gelegt. Ja, Mann. Geil. Oh. Ja. Das war eine geile Runde. Das war eine richtig geile Runde. Ja, war geil. Wir haben uns so gut abgesprochen. Wir haben uns so gut abgesprochen. Wir haben uns so gut abgesprochen. Und ein C4 war legendär. Ja. Das war geil. Ich hab's ja Video. Ich hab's gestreamt. Geil. Oh. Alter. Da ist weg. Da ist er noch. Da ist er. Geil. Nein. Das war geil. Das war... Oh, das schaut mir gleich im Stream nochmal an. Wir haben gut Kills, glaube ich, beide. Ja. Wir haben richtig gut gekillt. Ja. Kleber. Boah, mein erstes Sieb, Mann. Locker jeder vier. Locker jeder vier oder so. Oder voll viel Schaden. Wir haben so viel. Ja. Oh, du hast fünf. Ich hab nur drei. Oh, Mann. Ja. Ja. Du wirst. Oh, Alter. Geil. Mein erster Sieg. Nice. Ja. 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 Nee. First win im Zweier. Turesta. Im Zweier. Hamit. Im Zweier. Ja. Krass. Echt krass. Das war geil. Das war eine geile Runde. Ja. Schau, jetzt ist es gelohnt, dass ich nun gekommen bin. Ja. Ja. Haben wir einen Pumper. Da haben wir echt gewohnt, gell? Ja. Ich mach gleich mal ein Highlight Video. Ja. 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 nicht soari. Ja ich bis jetzt mal kurz.